Der Wunde der rechten Hand Jesus Christus auf, um die Wunden unseren Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde der linken Hand. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unseren Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde des rechten Fußes. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unseren Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunde des linken Fußes. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unseren Seelen zu heilen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir küssen die Wunden des Heiligen Geistes. Wir küssen die Wunde der rechten Seite. Ewiger Vater, wir opfern dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf, um die Wunden unseren Seelen zu heilen. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mein Gott, ich glaube an dich. Weil du unendlich gut bist. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Weil du unendlich barmherzig bist. Mein Gott, ich liebe dich. Weil du über alles lebenswürdig bist. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz Mariens. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herz, Maria. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns. Überflutte die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes an. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns. Durch die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Schmerzvolles und unbeflecktes Herzmarins. Bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Schmerz und unbeflecktes Herzens, Maria, bitte für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Mutter, rette uns durch die Liebesklamme deines unbefleckten Herzens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Liebe Flammelitanei, gegrüßet seist du, Maria, in deren unbefleckten Herzen, die Gottesliebe und die Menschenliebe, ohne ob sie alles brennt. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens unsere Seelen durchdringe, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme uns zur vollkommenen Gottesliebe führen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme unserer Herzen zur wahren Menschenliebe entzünde, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme unserer Herzen, dass die eine Liebesflamme, o Mutter, die erwärmende Lichtquelle für die Familien sei, erflehe uns diese Gnade. Dass durch diese Lichtquelle die Familien geheiligt werden, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens auch die Seelen der Kinder durchdringe, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Mutterherzens uns den Weg zu Gott weise, erflehe uns diese Gnade. Dass wir auf dem von deiner Liebesflamme erleuchteten Weg gehen können, erflehe uns diese Gnade. Dass wir durch deine Liebesflamme den Sinn unseres Lebens erkennen, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines ungefleckten Herzens auch die kleinste Schuld von unserer Seele tilgen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme uns zum Guten anrege, erflehe uns diese Gnade. Dass wir die Liebesflamme, o himmlische Mutter, an unsere Brüder und Schwestern weitergeben können, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die verfinsterten Seelen erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die erkalteten Seelen erwärmen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Herzens auch die verhärteten Herzen erweichen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deines Herzens Liebesflamme die gleichgültigen aufrütteln möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Herzens die Seelen zum apostolischen Eifer drängen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deines Herzens Liebesflamme, dass die aus deinem Mutterherzen entströmende Liebesflamme jeden Menschen erreichen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die Gottesliebe in unseren Seelen entzünden möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines Herzens das Feuer des Hasses auslöschen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass deine Liebesflamme, o himmlische Mutter, die Regierenden der Völker erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass wir die von deinem Mutterherzen geschenkte Liebesflamme bis zu unserem Lebensende bewahren mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass wir bei dem sanften Licht deiner Liebesflamme nach dem Himmel streben mögen, erflehe uns diese Gnade. Dass wir bei dem, dass die Liebesflamme deines Mutterherzens unsere Sterbestunde erleuchten möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die von dir ausströmende Liebesflamme in uns immerwährend brennen möge, erflehe uns diese Gnade. Dass die Liebesflamme deines unbefleckten Herzens die ganze Welt überstrahlen möge, erflehe uns diese Gnade. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hilf auch uns eine Herberge für Hilf auch uns eine Herberge für Die Liebesflamme in den Herzen Die Liebesflamme in den Herzen Der Menschen zu finden Der Menschen zu finden Amen Amen Gebet von Jesus Unsere Schritte mögen gemeinsam gehen Unsere Hände mögen gemeinsam sammeln Unsere Herzen mögen gemeinsam schlagen Unser Innerstes empfinde gemeinsam Die Gedanken unseres Geistes seien eins Unsere Ohren mögen gemeinsam auf die Stille hören Unsere Augen mögen ineinander schauen und sich verschmelzen Unsere Lieben mögen gemeinsam zum ewigen Vater um Erbarmen flehen Aus dem Tagebuch von Elisabeth Kindlmann Die Liebesflamme Botschaft vom 4. Mai 1962 Amen Amen Im Namen des Vaters des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Pater Pio, November 2. Pater Pio, November 2. Pater Pio, November 2. Pater Pio von Pietre Cina, der du an der Seite unseres Herrn Jesus Christus bist, du wusstest den Versuchungen des Bösen zu widerstehen. Du hast die Schläge und Qualen der höchrischen Dämonen durchlitten, die dich dazu bringen wollten, deinen Weg der Heiligkeit aufzugeben. Bitte für uns beim Höchsten, damit auch wir mit deiner Hilfe und der Hilfe des ganzen Paradieses die Kraft finden, der Sünde abzusagen und den Glauben bis zu unserem Todestag treu zu bewahren. Hab Mut und fürchte nicht, den düsteren Zorn ruht sich fest. Denk daran, solange der Feind gegen deinen Willen von außen lernt und fröhnt, ist es ein gutes Zeichen, denn es zeigt dir, dass er nicht in deinem Willen ist. Bitte den Rosenkranz zum heiligsten Herzen, Jesus. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Glaube an Gott, den Vater, den Allnästigen, den Erschaffer von Himm und Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, bekreuzig, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zurecht in Gott, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeiten, und in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebeneutig unter den Weiden, und gebeneutig ist die Frucht deines Weibes, der in uns den Glauben vermehrt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebeneutig unter den Weibern, und gebeneutig ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärker. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebeneutig unter den Weibern, und gebeneutig ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entzündet, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünder, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater, 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 Geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel soll erwerben. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist mit dir, bis Gedenedeit und tritt in Wann. Und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnade, die Liebe zu planen, jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gedenedeit unter den Weibern und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gedenedeit unter den Weibern und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist in dir, du bist Gedenedeit unter den Weibern und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist in dir, du bist Gedenedeit unter den Weibern und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gedenedeit unter den Weibern und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gedenedeit unter den Weibern und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gedenedeit unter den Weibern und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, in deine Liebesklamme, und in der Stunde unseres Todes, Amen. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gedenedeit unter den Weibern und Gedenedeit ist die Frucht deines Leibes, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesündet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes, Amen. Höre sei dem Vater und den Sohn und dem Heiligen Geist, wie es zwar im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Land, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern Erlösung von dem Bösten. Gegrüßet seist du, Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, der die Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit und überflute die Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchliegen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Ersten zu ab. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not und der Welt durchliegen hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, Gegrüßet seist du, Maria, der Herr ist mit dir. Gegrüßet seist du, Maria, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und führe alle Seelen in den Himmel. Komm uns vom Irrtum zu befreien. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Gibst du benedeit unter den Weibern und du benedeitest die Frucht deines Leibes, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, jetzt und in der Stunde alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, dessen Hilfe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesu, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesu, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mitten, du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht Deines Leibes, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mitten, du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mitten, du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mitten, du bist benedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht Deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, Deiner Liebesflamme, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so wie es ist, und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünder, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, du auf Erden. Unser tägliches Brot gibt uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in den Fehl, sondern erlöse uns von dem Ebel an. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchsport wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken in deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Benedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit und über den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns armen Sünder und überflute die ganze Menschheit über den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter dem Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit Gott ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, mein Gott, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebsten, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seele in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Und für uns, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die räumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnade in deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die räumtigen Sünde ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnade wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die räumtigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnade wirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die räumtigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnade wirken deine Liebes, Dame jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die räumtigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deiner Liebes, Dame jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die räumtigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebes flamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die räumtigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken in deine Liebes in deine Liebes Flamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Begrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die räumtigen Sünde ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deine Liebes Flamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deiner Sünde, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünde ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deiner Liebes Flamme und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Nieders, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die Räume gegen Sünde ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deiner Liebes flamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehrt sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünde, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kind uns allen deinen Segen gibt. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020